Tom Brown und seine Samoyedenhündin Lexi teilten eine besondere Bindung, die weit über die übliche Mensch-Haustier-Beziehung hinausging. Lexi war nicht nur ein treuer Begleiter, sondern auch Toms bester Freund und Seelengefährtin. Ihre Liebe füreinander war etwas ganz Besonderes und es zeigte sich jeden Morgen, wenn der Tag erwachte. Ein neuer Tag brach an und die Sonnenstrahlen drangen durch die Vorhänge in Toms Schlafzimmer. In seinem Bett lag Tom tief und fest schlafend. Doch Lexi konnte es kaum erwarten, den Tag mit ihrem geliebten Besitzer zu beginnen. Ihr flauschiges, wolkiges Aussehen verlieh ihr eine unschuldige Sanftheit und sie wusste genau, wie sie die Aufmerksamkeit von Tom auf sich ziehen konnte. Leise und behutsam, um ihren Schlafenden nicht zu erschrecken, näherte sich Lexi dem Bett. Erst begann sie, Toms Arm mit ihrer sanften Pfote zu berühren, als wollte sie ihn zärtlich wecken. Als er sich leicht bewegte, aber immer noch in tiefem Schlummer verharrte, beschloss Lexi, eine andere Taktik anzuwenden. Sie beugte sich über ihn und stupste seine Wange mit ihrer kalten, nassen Nase an. Tom rührte sich, doch er öffnete noch nicht die Augen. Lexi war jedoch entschlossen, ihren geliebten Menschen zum Aufstehen zu bewegen. Mit Entschlossenheit und Liebe in ihren dunklen Augen legte sie ihre weiche Pfote vorsichtig auf Toms Gesicht. Diesmal konnte Tom der sanften Berührung nicht widerstehen. Seine Augen öffneten sich und er lächelte verschlafen. Lexi hatte es geschafft. Sie hatte ihren Menschen geweckt und das mit so viel Geduld und Liebe, wie nur ein Hund sie aufbringen kann. Tom streckte seine Arme aus und umarmte Lexi. Guten Morgen, meine süße Lexi, flüsterte er. Die Samoyedenhündin freute sich über die warme Umarmung und leckte ihm sanft über das Gesicht. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zu ihrem morgendlichen Spaziergang und die Sonne schien heller, weil sie wussten, dass sie diesen besonderen Tag miteinander verbringen würden. Das kurze Video von Lexis sanftem Erwachen wurde schnell viral, nicht wegen spektakulärer Tricks oder lauter Aktionen, sondern wegen der herzergreifenden Liebe, die zwischen einem Hund und seinem Besitzer existierte. Es erinnerte die Menschen daran, dass jeder Hund einzigartig ist, nicht nur äußerlich, sondern vor allem in seinem inneren Wesen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.